So, willkommen zum Video aus dem Joe's Summerland. Wir sind schon eine ganz große Gruppe. Wir haben Markus, Irene, Kevin, Vivi, Matthias, Mike und Alex. Jetzt wollen wir als erstes Gurki fahren. Gurki ist das hier. Das ist Gurki, weil es einfach langsam fährt. Und dieses letztes Mal hatte ich ja ein bisschen Probleme mit meiner GoPro. Die ist ein bisschen abgekackt. Das heißt, ich konnte kein Online-Video machen. Ich konnte allgemein keine Online-Dies machen. Und jetzt habe ich eine GoPro, die hoffentlich funktioniert. Und jetzt versuchen wir es einfach nochmal. Markus, du filmst. Krass. Oh, es geht los, habe ich gehört. Ja, das ist durchgefallen. Alle drauf. Panik. 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 Joe's Summerland hat auch wieder eine neue Achterbahn, die hier. So eine ganz kleine, ist glaube ich jetzt auch die kleinste im Park. Habe ich gar nicht, wusste ich gar nicht. Ich habe mir Matthias eben so nebenbei erzählt, ach, die haben übrigens eine neue Achterbahn. Okay. Aber süß. So, jetzt ist Gorki-Time. Spoiler. Das war die Sitze. Ja. Aber mit Gorki. Ah, danke. Das geht ja auch nicht echt wie alles so nicht normal. Kommt doch an, wie oft das Pferd. Ja. 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 Ja, schon mal. Ja. Ja, ja, dann. Ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Alles gut, Nathalie. Hast du gut gemacht. Damit hätten wir auch den Hersteller rausgefunden von dem Ding. Oh, die ist neu. Ich dachte, die wäre neu. Ja, ich auch. Ja, die Neuheit dieses Jahr. Die Kinderachterbahn. Für sich krasser als gedacht. Und jetzt gucken wir gleich Markus und Maik zu, wie sie ihre Runden drehen. Dreh, 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 dreh. Ich hoffe, dass mich das hier vor Wasser schützt. Ich habe Angst. Oh nein, oh nein. Achtung! Warte, hier soll Wackelschirm fahren. Ich habe Angst vor dem Drop und... Guck mal, da sind die anderen. Hallo! Die haben die echt eingeholt. Achtung, okay. Da bin ich sogar froh, dass es da... Achtung, was da drunter kommt. Geht mal hoch. Okay. Ich habe so Angst vor dem Drop. Nein! 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 Nichts passiert. Oh oh! Nein, 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 nein! Achtung! Oh nein. Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Der ist uncool. Jetzt kommt der Schlimmste. Oh nein! Nein! Ah, nicht! Nein! 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 Ja, wir haben uns gegen eine zweite Fahrt entschieden, was vielleicht an dem Drop mit der Kurve danach liegt, weil der Auslaufbereich ist einfach nicht vorhanden. Und der hier ist irgendwie auch zu kurz, also für unser Gewicht zumindest. Wann haben wir eigentlich angefangen direkt zu Beginn unserer Parkbesuche Wasserbahn zu fahren? Das ist nicht schlau. Das stinkt nicht den ganzen Tag. Fahren die doch mal? Kevin und Mike fahren doch mal? Für die Lebensmüdung! Das stimmt, oder? Nein, das da ganz nicht. Der Hemd in der Luft. Ah, deswegen. pletten fühlen Sie in die Augenränge eingeboren müssen und nie wieder rauskommt. Ja! 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 Ja, ja! Ist da was zu bauen? Wir sind Piraten gefahren. Wir sind Piraten gefahren. Ja, wir sind Piraten gefahren. Ich liebe Piraten. Das ist so cool. Das ist eine coole Airtime. Und es hat voll krasse Gegenkräfte. Oh ja. Die Ejector Airtime. Hier in der Kurve. Ich seh immer nix bis da oben. Da seh ich wieder was. Wir wollen jetzt das... Wie nennt man das? Gerstlauer Kraken. Keine Ahnung. Ja, wir fahren das jetzt. Das hat ebenfalls coole Airtime. Das eine Ding hat zu Herzen. Auf die Kanone. Auf die Kanone. Wuuuui. 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 Blubbing. Wuuuui. Wuuuui. Wuuu. 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 Mach mal hier ein bisschen spielfrei. Wuuu. 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 Jetzt klappt es. Wuuu. 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 Oh, der böse Blick gerade. Oh, der böse Blick gerade. Oh, der böse Blick gerade. Oh, der böse Blick ist nicht mit dem Hügel. Wir kommen aus Juwelen. Jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los. Reinhard hat es wieder gefangen. Mike, wie war es? Ja, war schön. Du bist auch das erste Mal gefahren. Du bist ja auch das erste Mal. Ich glaube, es fanden alle geil, so ich das gehört habe. Guter Coaster. Ich finde es auch geil. Ich liebe Juwelen. Als Intermin. Da kann man nichts falsch machen. Man kann was falsch machen. Nein. Mir fällt gerade nicht ein, was, aber man kann was falsch machen. Auch als Intermin. Als Intermin kann man nichts falsch machen. Aber hier, die haben hier auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Nein, das nicht. Die ist so cool. Während der Fahrt hat es gerade, oder kurz bevor ich dran habe, hat es ein bisschen angefangen zu nieseln, aber egal. Egal, es war trotzdem cool. Wir stehen jetzt gerade an bei Torshammer. Hast du gut aufgepasst. Ein Bobsled Coaster von Gerstlauer. Mit Hamsterleder sitzen. Mit was? Mit Hamsterleder sitzen. Mit Hamsterleder sitzen. Okay, mit Hamsterleder sitzen. Es fängt uns dann ein bisschen doller zu regnen. Aber wir halten das alle auf hier. Nur eine Person von uns braucht einen Scherf. Und es werden jetzt keine Namen genannt, an der Stelle. Wir wollen ja niemanden blamieren, ne? Wir wollen ja niemanden blamieren. Der wird nur aufgenommen. Ich weiß genau, dass du eigentlich auch willst. Du traust dich jetzt nur nicht. In Dienerberg scheint überall die Sonne, aber wir haben den einzigen blauen Fleck getroffen. Warte. Das ist so. Da-da. Wir haben Talent. Wir können es halt. Wir haben Talent. So kann ich vloggen. Und dann werde ich im Regen stehen an meinem Kameran. Nein! Du kannst selber einen Schirm haben. Eben wurde ich noch ausgelacht. Aber jetzt sind wir nicht hier einer von dreien mit Schirmen. Komm mal mit. Viel weiter. Mal gucken, wie viele Personen hier sind, die heute durch dieses Drehkreuz geht. 5,4. Mal gucken, wie viele Personen hier sind. Oh nein, das geht nicht. Ja, die läuft gut, die rutscht doch durch die Bremsen. Ich bin ein Durchhörer. Toll, es bremst echt hoch. Wohhhh! Wohhhhh! Treibst du wenigstens? Ja! Ja, gut. Also, ich habe zwar schon seit drei Stunden Hunger, aber ich glaube, wir gehen jetzt tatsächlich bald essen. Nur hieß, hat irgendwer eine Idee in die Runde geschmissen, doch erst nach Rafting zu fahren? Wer war's? Ich. Ernsthaft? Du? Ja, ich mag Wasser. Ja, man hat es, glaube ich, gemerkt, dass irgendwie irgendwas nicht stimmt mit dir. Wasser ist ein Grundbedürfnis. Ja. Sorry. Was trinkst du denn? Was ich trinke? Ja, kein Wasser. Ich habe einfach nicht das Bedürfnis, mich einzunässen, wollte ich gerade sagen. Aber das Wort war falsch gewesen. Bei unserem Kanal wär's schon unten durch Lachshose und einnässen, das geht gar nicht. Ja. Ja. Jedenfalls, ähm, Gruppenzwang und so fahre ich halt mit. Und wir wollen alle in ein Boot. Ich hoffe, wir haben acht Leute Platz in einem Boot. Das ist echt cool. Aber, mal gucken. Ich dachte mir so, ich filme die Themaisierung egal, wenn da noch wer mit drauf ist. Man sieht's trotzdem. Sei die Themaisierung, Mike. Sei die Themaisierung. Sei Animatronic, Mike. Ich habe das so, was jetzt nicht so gehört. Das ist ja. Ich muss doch unbedingt sagen. Ich bin ja auch mit der Nummer und die Familie. Aber die Familie, die kommt gut. Ist doch egal. Ja. Die kommen nur auf. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin nicht. Ich bin ja auch nicht. Ich bin jetzt mal. Ich bin jetzt mal. Ich bin sehr lange. Ich bin jetzt aber nicht. Ich bin jetzt mal. Da oben sind alle verstanden. Jetzt kommt die Gasse gegen meine Weide. Scheiße. Mitten durchs Bein. Wand. Und noch mal Wand. Die ist für euch. Noch nicht. Nein! Das geht, das geht. Das ist okay. Oh, ne. Nichts passiert. Noch einer. Noch zwei, noch drei. Jetzt beginnt Excalibur, ja? Ja. Ja. Excalibur ist richtig. Ach, Tiere. Nimm mal eine Nase. Oh, Nebel, Nebel! Irgendwo hab ich Nebel. Hier, oh! Der Nebel ist nur akustisch. Excalibur. Tschön! Ja jetzt kommt die Große da. Und da kommt die Große. Kevin, wie hat ihr das Rafting gefallen? Nicht gut, ich bin trocken geblieben. Das Highlight war, dass du drin warst mit dem Boot, aber sonst... Das ist aber nett. Ist das nett gemacht? Ja. Okay. Gut. Ja, es war... was solltest du sagen? Ist okay, kann man machen. Man kann's machen. Aber ich finde, dass man nass werden muss. Ja, das Einzige, wo ich nass geworden... Ich saß halt in der Mitte, eingequetscht zwischen Mike und Alex. Und da war halt direkt unter mir so ein Abfluss. Und der Abfluss hat irgendwie das Gegenteil von dem gemacht, und der Abfluss eigentlich tut und zwar der Wasser raus. Du kannst voll gegen meine Beine... Deswegen hab ich das nassen, nassen Kniekehlen. Aber... Ansonsten bin ich trocken geblieben und ansonsten sind wir alle trocken geblieben. Aber auch die Wasserfälle sind nicht nass geworden. Nö, null. Und dieser akustische Nebeleffekt, den nehmen wir nur akustisch vorhanden. Ja, jetzt sind wir hier angekommen bei... dem Highlight im Park. Das Essen ist hier das Highlight im Park. Und wir gehen jetzt, glaube ich, in diesem Video... Ja, also ich kann's auch in diesem Video nochmal... Ne, ich sag erst noch ändern, ob ich's empfehlen kann. Aber vielleicht hat sich's da geändert. Schau mal mal. Aber das war die letzten beiden Male, war das Essen hier einfach genial. So, das ist hier meine erste Portion. Ich hab versucht, mir von allen mein Bäschen zu nehmen, weil ich alles mal probieren möchte, falls irgendwas mega gut schmeckt, dass ich jetzt noch mehr davon holen kann. Außer vom Lachen, da wusste ich mir sofort viel lieben. Und, ähm, ja. Ich wünsche allen anwesenden guten Appetit. So, dann essen wir. Essen on-ride, oder wie? Essen on-ride, ja. Soll ich jetzt die ganze Zeit mitlaufen lassen, dass der Schnappel schneller abspielt? Ja, ah, das ist cool. Dein ist der Teller, wird immer weniger. Naja. Ja, aber... Wird immer weniger flocht. Oder so Stop Motion machen. Ich weiß nicht, ob mein Akku dafür reicht. Stop Motion oder so. Wir haben erzählt, dass wir heute die ganze Zeit hinterher geraten sind und euch nicht mit Wort haben, um zu sprechen. Ja, das war gegen so eine Stufe. Wir kommen gerade vom Essen. Darf ich kurz eine Review? Du warst letztes Mal schon dabei. Aber ihr zwei, wie fandt ihr das Essen? Sehr gut. Könnt ihr's auch empfehlen? Ich schrugel mich doch. Sehr gute Salat. Oh, der Lachs. Du sagst es. Wir als Essensexperten. Ja, wir als leidenschaftliche Essener. Links oder rechts, links oder rechts? Hier. Okay. Also kann man auf jeden Fall machen. Lohnt sich. Ist auch nicht so teuer für... Ich glaube, das kostet 20 Euro umgerechnet ungefähr. Ja. Okay. Aber der einzige Nachteil ist, es gab nichts Süßes. Ja, das stimmt. Es gibt irgendwie keinen Nachtisch. Wahnsinn. Aber wenn man das nicht... Ich bin eh schon so vollgefressen. Also ich hätte... Und immer. Hast du recht. Ja, jetzt wollte ich noch kurz die Banshee Gang. Fress euch bitte die Banshee Gang. Fragt eure Banshee und Karen hat ein unsichtbares Banshee. Zeigt ein unsichtbares Banshee. Super. Damit wir uns verlieren. Das ist irgendwie... Steht da noch was drauf? Kann mir jemand übersetzen, bitte? Jäger et legebaren och fies jäger blevetefug ringfenlingster paar Jäger. Was heißt das? Die gab's drauf, deswegen tragen wir sie. Eigentlich tragen wir das nur, weil der Parknamen. Weil's cool ist. Genau, weil Jusama draufsteht. Aber ich glaube, die sind für... Irgendwas mit Kindern. Ja, das geht auch. Ich weiß auch nicht. Ja. Jedenfalls... Na ja. Egal, das ist cool. So. Das reicht aus Begründung. Jetzt wollten wir den Kipp... Wir nennen ihn einfach Kippturm, weil das ist halt das, was er macht. Er kippt. Mehr nicht. Den fahren wir jetzt. Hier, ich zeig den mal kurz. So, wie man vielleicht gerade schon erahnen kann, wir sind das Ding doch nicht gefahren, weil es eine Störung hat. Und Markus meinte, dieses Fahrgeschäft ist bekannt dafür, dass es Störungen hat. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ich kenn das nur mit technischen Störungen. Ich kenn das gar nicht anders. Aber aus einem anderen Park, ne? Aus dem Bellevarde Park in Belgien. Ja, deswegen uns... Ich wollte nochmal anmerken, manchmal hat es was Gutes, wenn man noch filmen will. Weil wir dachten uns, okay, wir rennen jetzt mal nicht und füllen noch die leeren Plätze an der prallen Sonne auf. Sondern bleiben still und filmen das. Ja, die Leute, die dahin gerannt sind und die Plätze aufgefüllt haben an der prallen Sonne, die sitzen da jetzt in der technischen Störung. Und wir gehen gemütlich Piraten fahren. Sehe ich das richtig? Leute, wir gucken mal, was da los ist. Ich würde so gerne noch Piraten fahren. Das ist so toll. Vielleicht gibt es Ben & Jerry's. Oh, Ben & Jerry's mein Liebling auf Eis. Die können da abkürzen. Hallo, ich bin einem Spiegel. Das ist cool. Jetzt ist wahrscheinlich auch zu sehen. Und das hinter mir ist ein Shop. Der von Piraten. Mit dem ich gerade nochmal Piraten gefahren habe. Wir sind nochmal Piraten nebengefahren. Das war das zweite Mal. Das ist noch intensiver jetzt. Nachdem sie sich jetzt warm gefahren ist. Das ist ja, das ist nur bei mir. Wuuuuh! 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 Mal krieg ich ein Interim von dir. Ich hab das Ferien-Sicht gelesen. Wuuuuh! Oh, nasser Hund! Sorry! Sorry! Es war eine richtige Nesse gerade. Ja! Bei der Hitze. Ja! Ja, das war Splash Zone die zweite. Und jetzt kommt Skatöl die zweite. Wahrscheinlich jetzt diesmal ohne Video. Oder mach ich's nochmal im Video. Ihr seht es dann. Jetzt finde ich. Ich finde es am Rücken halt, wenn ich mich so gegenlehne. Wuuuh! 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 Echt Queech! Schön gefahren! Ja! Wuuuh! 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 Oh mein Gott! Wuuuh! Nein! Zwei! Zwei! Eins! Los! Juhu! Mein ganzer Rücken ist da! Matthias, was ist denn da passiert an meinem Rücken? Ja, da sind so Düsen, die das Wasser raufmachen und da habe ich durchgerutscht. Das ist voll an meinem Rücken alles. Okay, bei mir ist es auf den Arm. Ja, toll! Bei mir war Alex mit dem Boot und wir sind abgehoben, ne? Wir sind abgehoben! So, mindestens einen Meter! Das Boot ist geflogen! Ja, das war cool! Wir haben das hier noch nie gemacht. Wieder eine Premiere. Aber das wollte ich mal machen. Auf jeden Fall Spaß! Ui! Kann man so lassen ohne Bettina! Wir fahren endlich Sollgutem! Da, 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 da! Oh, wir machen schon mal alle bekloppt geworden. Nein! Wir sind alle normal geworden! So, wir gehen jetzt hier rein und ich, Mike, wer und du vor mich und die gucken, dass sie das Wasser in die Fresse nur kommen. Ja, toll. Ja, fach ich gehabt. Nein, Mike geht nach links, Mike geht nach links, er kriegt das Wasser in die Fresse. Die 5 Euro kriege ich dann da nach. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich nehme einfach auch auf. Ja, ja, es war das erste Mal, dass ich versucht habe, nass zu werden absichtlich. Und war gut? Beziehungsweise Matthias hat es versucht. Ja, also meine linke Hälfte ist halt nass, aber der Rest ist trocken, ne? Der Rest ist trocken. Ja, genau. Einseitig nass auf, was nass kam, was extremer als bei Maya. Ich bin echt glitschnass. Ja, natürlich, der Splash hier ist so richtig so, so richtig so auf die Fresse. Bei Mayas Blitz ist es halt so ein bisschen so hoch, ein bisschen nass und so. Die gehen gerade alle in ein Boot. Hui. Tschüssi. Tschüssi. Seid ihr sicher? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen so hoch. Juhu. Bananas Blitz. Bananas Blitz. Ich will lieber einen Bananas Blitz haben. Bananas Blitz. Boah, das war das Bietz. Oh, das ist aber Bietz. Oh, das ist aber Bietz. Ja. Oh, wie süß. Oh, das ist sogar in der Leitkette. Wieso? Nein, ich bin nicht Leitkette. Da steht Leitkette. Ui. Okay, wir haben die bisschen Schlagseite nach rechts. Links. Oder nach links. Es hat sich noch nicht entschieden, das Boot in welche Richtung es will. Guck mal hier, Iberia. Oh, ja. Ha, 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 ha. Iberia. Ha, ha, ha. Ja, ha, ha, ha. Guck mal. Ja, guck mal. Ha, ha, ha. Oh, da ist es Vueling. Schreibt in die Kommentare welche Airline das ist. Oh, oh, ha, ha. Foto. 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 Foto kann ich hier außer Barschland erkennen können. Oh nein. Na. Oh, 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 oh. ist hinten eigentlich schneller? Ja? Ja. Ja. Hat er doch gerade geschrieben, ne? Das stimmt alles, seine Aussage stimmt. Sieh sie jetzt durch den Leipzig. Bei Bogen Nummer 2 geht der wieder an. Ab der vorletzten Reihe. Mike, schwing dich elegant aufs Pferd. Das ist ein Pferd. Cool. Alles ein Pferd. Du hast doch nicht grün. Du hast doch nicht grün. Du hast doch nicht grün. Paparazzi von allen Seiten. Da steht ein Paparazzi. Hier steht ein Paparazzi. Hier ist auch einer. Tschüss Matthias. Tschüss Matthias. Oh, bitte. Wuhuu. Wuhuu. Hey, Alex. Hey, Matthias. Ich hole dich ein. Matthias. Matthias, gib Gas. Matthias, gib Gas. Weiß ich nicht. Was ist das? Was ist das? Wieso? Wieso? Warum macht es das, Mike? Das alles nicht tut. Habt ihr das gesehen, dass es das macht? Ja. Wusstet ihr das? Ja. Nein! 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 Oh Gott, ich will hier raus! Nein! 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 Genau! Nein! Leute, die mich weil ich vorgelegt bin. gTwits! Ah! Nein! Alter, nein! Ich bin glitschnass geworden! Das macht kein Kettenkarussell! Das geht so schön, dass man eben nicht nass wird! Aber noch nicht so! Nass, nass, geduscht! Ja? Alter, ich hatte Panik! Aber es hat Glückwärts. Oh! Voll, du hast feucht geworden. Toll war das. Ja. So, wir haben hier am Ausgang von Joe Summerland so eine Obstverkaufsstadt. Finde ich voll cool, weil das kenne ich nicht aus einem anderen Park, dass man halt Obst verkauft, frisches Obst. Und ich komme hier so hin und sehe erstmal so einen Typen, der eine Melone, eine Wassermelone, mit seiner Joe Summerland Jahreskarte schneidet. Und dann dachten wir uns so, hm, wir haben auch Bock auf Melone, aber wir haben keine Joe Summerland Jahreskarte und auch kein Messer. Deswegen... Ja. Matthias, wo ist unsere Wassermelone? Sorry für meine Stimme. Meine Stimme ist wieder ein bisschen am Abkacken. Ja, du... Ja, lach du nur! Ich quatsch jetzt trotzdem. So, wir verlassen jetzt gerade den Park und wir kommen morgen wieder. Wofür? Ja, mal sehen... Achso, du hältst jetzt konstant ins Bild, die Melone. Ja. Okay. Ja, wir kommen morgen wieder und wir sehen uns dann morgen wahrscheinlich wieder vielleicht demselben Video, vielleicht einen neuen Video, ich weiß es noch nicht. Vielleicht auch mit Stimme. Mal gucken. Falls das jetzt das Video endet, verabschiede ich mich und ihr seht ja dann, ob es gleich weiter geht oder ob ein neues Video kommt zu morgen. Keine Ahnung. Jedenfalls für den Moment. Tschüss! Ich bin viel stabil. Ich bin viel neutrale. Wir nehmen eben vor wie immer der faithfulte